Musik Wenn man nicht reinspringen muss, dann ist alles gut. Freut mich, dass wir da runter. Menschen, die im Alltag andere unterstützen, die man nicht sieht, die nicht überlegen, ob es einen eigenen Vortrag gibt, sondern einfach helfen. Weil die kleinen Dinge zählen und weil wahre Helden einfach helfen und anderen das Leben ein bisschen leichter machen. Vielleicht auch nur für einen Moment oder für einen Tag. Musik Weil das genau die kleinen Dinge sind, die man einfach tun kann ohne großen Aufwand und die anderen helfen. In Hamburg sagt man Tschüss!